Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 7, die Schlangeninsel und wir sind noch immer in der Erweiterung Silbersamen. So, ich habe die Flammen, die uns am Ende der letzten Folge das Leben gekostet hatten, die muss man scheinbar umgehen. Zuerst bin ich mal duschgelatscht und habe gedacht, okay, jetzt sind drei Leute tot, der Avatar hat noch gelebt, die kann ich ja dann mit der Sanduhr wiederbeleben, aber da kam von links sowas, was aussah wie ein Leech mit einer Krone, also wahrscheinlich unser Endboss und dann habe ich den nochmal geladen und es dann nochmal versucht, also wenn man rechts an der Wand vorbeikuschelt, kommen die Flammen nicht. So, und deswegen sind wir jetzt auch relativ unbeschadet und ich glaube, jetzt beginnt das große Sterben. Ich habe so Schiss, aber okay. Wir hatten ja zwei tolle Zauber gefunden. Das war einmal völlige Heilung, habe ich mal parat gelegt und Abschirmung. So, Abschirmung möchte ich jetzt verwenden und dann hoffen wir einfach mal das Beste. So, Helden haben gegessen, dem Avatar fehlt so ein Fitzelchen Leben, aber wir schauen uns mal den Kampf an. Ich glaube nicht, dass es bei einem Versuch bleiben wird. Also, ja, jetzt beginnt das große Sterben, das Sir John vorher gesagt hat, glaube ich. Also, wir ziehen uns den Zauberabschirmung rein und laufen mal ums Eck und schauen, wie wir klarkommen. Tief durchatmen, alles wird irgendwann gut. Also, Abschirmung rein. Finger ist auf C. Au, sche, heiß, 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 heiß. Nein, oh nö. Ja, versucht ihr mal. Nein, C, ich muss natürlich auch die Leute in den Kampf schicken, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Sag ich doch. Äh, ja, ich hätte auch die Heilung nochmal ziehen können. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Aber, ja, wir haben auch schon einen Spielstand liegt, weil ich ihn ja schon gesehen hatte. So, dann laden wir nochmal. So, grundsätzlich war die Taktik nicht schlecht, aber die Flammen hatte ich nicht einkalkuliert. Also, eventuell dann auch rechts an der Wand vorbeikuscheln. Äh, genau, das weiß man nicht. Also, nochmal. Ähm, das war Abschirmung, genau. So, also diesmal finde ich hoffentlich schneller das C. Moment, Finger kommt aufs C. Finger ist auf C. Ich mach mal einen Daumen drauf, dann kann ich dann noch Escape drücken, um die Menüs zu schließen. Und dann kuscheln wir mal rechts an der Wand entlang. Ja, das sieht gut. Oh, nee, das war nicht gut. Aber, nein, C. Und, Moment. Nein. Falsche Taste. I. Heilung. Ich glaub zwar nicht, obwohl, nee, die sind beide tot, aber wir sehen jetzt, ob das auch ins Leben zurückruft, aber ich glaub's nicht. So, dann Heilung. Achso, das ist einmal nur völlige Heilung. Ich dachte auf die Gruppe. Egal, dann machen wir den Avatar voll. So, und der Kollege bekommt einfach noch andere Dinge. So, ihr zwei, jetzt kommt's auf euch an. So, ich hab' noch mal C gedrückt. Die Abschirmung hält noch. Naja, naja, gut, dann, ähm, ja, gut, alles klar. Ähm, das war leichter, als ich dachte, dass es wäre. So, dann bemühen wir mal unseren Mönsch. Wir holen mal unsere Kollegen aus den Flammen. Geht das jetzt? Ja, dieses Krackelgeräusch, das hatten wir schon mal. Das ist vielleicht die Verbindung schlecht zu den Mönschen. Ich weiß nicht, aber der Lich ist doch tot. Die Schlüsse packen wir schon mal ein. Wir müssen ja an einem ruhigen Ort sein. Hat man uns mal gesagt. Warum? Gibt's hier noch irgendwo eine Gefahr? Da ist eine Tür. Spiel, jetzt mach doch sowas nicht. Ah, da war der Teleporter, durch den wir mal gegangen waren. Spiel, du hörst mir gerade nicht wirklich weiter. Wom geht das jetzt nicht? Wir hatten ja bei, genau, bei den Goblins war ja mal Yolo gestorben. Da hatten wir auch mehrere Versuche gebraucht. Machen wir da mal auf. Hier ist auch ein Teleporter. Und ganz viele Dinge. Ganz viele Dinge. Ja, Spiegel, sag mir doch, was du gern hättest. Müssen wir näher an denen dranstehen? Aber hier ist doch nix. Pack mal die aus. Müssen wir das jetzt ohne Tote schaffen? Das verstehe ich nicht. Wir dürfen gar keine Flammen mehr in der Nähe sein. Oder wir räumen die Leute mal in den Schatzraum oben. Also da sollte es nichts Gefährliches geben. Yolo, wir nehmen dich mal kurz mit. Komm mal bitte mit. Weil ich weiß nicht, ob wir den Kampf noch mal so gut überleben und jemals es schaffen werden, die Flammen alle zum Gehen. Wir speichern mal als Sieg. Und laden noch mal den Leech. So. Kriegen wir es diesmal ohne Tote hin? Das ist jetzt ein bisschen doof. So, also rechts an der Wand. Und dann hier war so ein bisschen frei. Dann vielleicht hier an der Wand vorbei. Oder wirklich komplett außen rum. Ich weiß es nicht. So, aber Abschirmung kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. So, Finger ist auf C. Heiß, heiß, heiß. Moment, 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 Moment. Gib mir ne... Ah, einer ist tot. Scheibenkleister. Oh, Mann. Ja, ich hätte früher Pause machen müssen. Ach, das ärgert mich jetzt. So, alle leben. Die Spannung steigt. Wir gönnen uns mal ein paar Bandagen und Heiltränke und haste nicht gesehen. Wir haben ja einiges an Zeugs dabei. Du kriegst noch eine Bandage. Da haben wir noch eine Bandage. Die kriegt YOLO. Also wenn ihr mir erklären könnt, warum das jetzt mit der Wiederbelebung nicht funktioniert hat, gerne in die Kommentare packen. Also das war irgendwie strange. So, wir hatten ja noch einen ganzen Beutel mit Heilzeugs. Der Leech muss jetzt einen Augenblick warten, bis wir hier alles durchsortiert haben. Dafür muss er jetzt einfach Verständnis haben. Du hattest noch einen Beutel, aber da war nichts Sinnvolles drin. Da ist noch der Beutel, den ich suche. Da gehen jetzt ein paar Heiltränke für drauf. Aber anders ist das da, glaube ich, nicht machbar. So, dann nochmal YOLO. Jungs, es darf niemand sterben. Also verkackt's jetzt bitte nicht. So, jetzt haben wir fast alles aufgebrocht, was wir haben. Ich drück nochmal C. So, und dann machen wir mal ein bisschen was zu, damit ich den Leech anpeilen kann. Und los geht's. Jungs, bitte alle mitkämpfen. Shaminu, hallo. Na gut. Shaminu, den braucht keiner. So. Diesmal hat er sogar Geld dabei. Wir haben uns verbessert, Loot-Technik. So. Dann können wir uns jetzt den Loot, den wir gesehen haben, unter den Nagel reißen. Kann man sich da niederlassen? Sehr schön. Jetzt ist der Avatar, der Herr über die Leech-Welt. Gut, alles klar. Dann hier durch. Und Loot betrachten. Und Loot betrachten. Einmal das Bild genießen. Und dann schauen. So, Nachtschatten, Spinnenseide, Blutmoos und Schwarzperlen nehmen wir definitiv mit. Gehört aber jetzt hoffentlich nicht zu den Highlights dieser Schatzkammer. Aktuell können wir damit noch nichts anfangen, aber wir nehmen es trotzdem mit. Schriftrolle, Schwertstoß. Da muss ich immer an Might and Magic denken, irgendwie. Die alten Teile hatten immer so einen Schwertzauber gehabt. Der war super gegen Drachen. So, Handschuhe der Behändigkeit. Sind das dann die Handschuhe von Haras, dem Schnellen? Diese Handschuhe erhöhen die Geschicklichkeit des Trägers um 10 Punkte. Sie haben denselben Verteidigungswert wie magische Handschuhe, nämlich 3. Vergewissern sie sich, dass sie nicht bereits Handschuhe tragen, wenn sie die Handschuhe von Karas überziehen. Kriegen wir hin. So, dann schauen wir mal. Genauso wie beim Gürtel wird es wahrscheinlich dann 30 das Maximum sein. Der Avatar hat einen Geschick von 18. Chamino hat 23. Dupree 20. Yolo 26. Yolo ist irgendwie unser Überkämpfer. So, also darf sich diese Handschuhe der Avatar unter den Nagel reißen. Kannst du deine magischen ausziehen. Und die 9 an Geschick von 8, ja genau, 10 passt dann. Dann darfst du die magischen Handschuhe weiter vererben. So, dann nehmen wir die alten mit. Die sind schon mal super. Wir werden uns die Kisten um die Ohren fliegen. Ich hoffe es mal nicht. Nein, da haben wir nur Gold drin. Ah, oh. Und nochmal Nachschub an Pfeilen. So, Gold ist jetzt nicht so wichtig, aber in der Menge schon irgendwie. Fast nicht. Alles klar. Next one. Oh, viele klitzernde magische Dinge. Das scheint ein ganzes Set zu sein. Ja. So, du darfst deinen Lichthelm anbehalten. Du hattest auch, glaube ich, schon eine magische Rüstung an und, glaube ich, alles magisch. Alles klar. Dann bist du raus. Dann schauen wir uns den nächsten Kandidaten an. Du hast eine Kettenrüstung. Dann darfst du das da anziehen. Du hast normale Plattenbeinlinge. Dann kriegst du die magischen Hosen. Du hast noch eine antike Rüstung. Dann kannst du die da anziehen. Deine Handschuhe sind normale Panzerhandschuhe. Dann kannst du die magischen anziehen. Du hast schon einen besonderen Helm. Man muss den Loot so ein bisschen gleichmäßig verteilen. Du hast einen gefiederten Helm. Dann kriegst du den magischen Helm. Sehr schön. Können wir die Reste bitte einpacken? Denn ich hoffe, dass sich unsere Gruppe irgendwann mal noch vergrößern wird. So. Pfeile gehen bitte zu dir. Bolzen bitte zu dir. Da müssen wir dir was abnehmen. Geben wir mal eine Runde Nahrung aus. Wollte keiner was. So, die Reagenzien müssen ja sowieso zum Avatar. Erfahrungsgemäß. Da hatten wir schon Teil 1 mal dumm auf einem Friedhof gestanden, weil ich nicht wusste, dass man, dass der Avatar die Reagenzien tragen muss. Aber ja, wir haben noch einen Blitzstab gefunden. Irinons Axt oder so. Die steht auch im Handbuch. Durch diese wirkungsvolle Waffe erhöht sich die Kampffähigkeit um 10 Punkte. Die Schlagkraft der Axt beträgt 20, ihre Reichweite 4, kann aber nicht geworfen werden. Okay, Schlagkraft auf 20. Avatar, du hast ein Schwert der Verteidigung an. Wie gefällt dir die Axt? Wow, die sieht cool aus. So, ihr tragt aktuell Fernkampfwaffen. Dann packt mal bitte das Schwert irgendwo weg. Avatar, Avatar. Sehr schön. Ah, und der Kugelstein. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Hust, einpacken. Und die Diamanten wollen wir natürlich auch nicht verkommen lassen. So, ich glaube, finanzielle Probleme haben wir jetzt keine mehr. Wo kriegen wir die jetzt noch unter? Wir da so ein Stück Schinken da lassen, kriegen wir einen Edelstein. Sehr schön. Ja, alle haben keinen Hunger. Dann lassen wir den Schinken für die Nachwelt da. Wow. So, nehmen wir jetzt diesen Teleporter oder unten den, der eingeschlossen ist? Ich soll es mal schauen, ob wir den aufbekommen. Aber das sollte recht wahrscheinlich sein, da wir jetzt zwei Schlüssel gefunden haben. Ja. Dann würde ich eher durch den gehen. Weil für den muss man auf jeden Fall den Leech getötet haben. Und oben hätte man, nee, hätte man auch nicht entwichen können. Man musste jetzt erst die Schatzkammer aufsperren. Keine Ahnung, dann, ich will hier durch. Ah, jetzt komm. Sehr schön, wir kamen in der Schatzkammer raus. Was soll das dann? Wo kamen wir denn hier raus? Ach, kacke. Das war keine gute Idee. Das war nicht gut. Wie kommen wir jetzt wieder nach Hause, außer durch sterben? Letzten Endes ging es, glaube ich, hier rüber. Oh, schon wieder durchs Feuer. Lauf, 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 lauf. Nein, autsch, 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 autsch. Nein, lauf, ja gut. Wir sind draußen. Keine Ahnung, was es mit den Teleportern soll. Es war irgendwie sinnfrei. Egal, wir sind draußen. Wir haben den Kugelstein. Wir haben zwei der magischen Items, die im Handbuch verzeichnet sind, gefunden. Dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das dann alles war, was man da hätte finden können. Okay. So, dann mal kurz nachdenken. Ich würde gerne die Jungs mal wieder auf Nahkampfwaffen umstellen, bis wir irgendwie wieder schwere Gegner finden. Denn wir hatten jetzt zwar viel Glück mit vielen Pfeilen durch diese komischen Spinnenviecher da. Aber ich glaube, dass wir so schnell nicht mehr so viele tolle Pfeile als Nachschub bekommen. Deswegen machen wir wieder alle auf Nahkämpfer. Und dann hatten wir ja noch eine andere Höhle entdeckt. Ach, YOLO, sei mal nicht so unkooperativ. Ja gut, die Fackel kannst du mal hier lassen. Dann passt die Abendbrust immer noch nicht. Kann irgendjemand anderes mal ein bisschen Fleisch nehmen? Passt das jetzt? Ja, passt. Dann kannst du jetzt... Ach, du hattest die Wurfachst, ne? Die Wurfachst mal nehmen. Und das da. So, jetzt sind wir alle wieder auf Nahkampf. Und uns fehlt ja noch eine Kugel, ne? Da haben wir eine Kugel, zwei Kugeln. Ach, da haben wir noch so ein komisches Verteidigungsschwert. Dann tauscht ihr das mal bitte. So. Wir hatten doch drei Kugeln. Äh, das ist Käse. Mach mich nicht schwach spielen. Der Helm kann auch hier bleiben. Lass uns mal die Axt hier. Das müssen wir, wenn wir zurückgehen, müssen wir das alles mal mitnehmen. Wir hatten doch drei Kugeln. Eine aus dem einen Dungeon, der anderen aus dem Labyrinth. Wir hatten doch eine lila Kugel bekommen von dem Katzen-Typ. Wussten das Ding... Oh Mann. Hat das sonst irgendjemand? Ach so, da ist der Schlüssel bunt. Ich dachte, das wäre ein einzelner Schlüssel. Wo ist das Ding, das ich suche? Avatar, du hast keinen Beutel am Gürtel. Das sind so Momente, wo... ... man so ein klein bisschen Panik bekommt. Da sind nur Pfeile drin. Du hast keinen Beutel am Gürtel. Da ist ganz viel Geld drin. Da waren unsere Tränke drin. Da ist nichts drin. Du hast aber noch einen Beutel mit Dingen... Oder war die Kugel... ... in einem der Beutel, die jetzt noch draußen im Dungeon liegen? Ähm, Moment. Ganz ruhig tief durchatmen. Wir haben auch den ersten Teil überstanden, ohne dass irgendwas wirklich verloren ging. Mh. Aber irgendwann ist immer mal das erste Mal, ne? Das ist die Schatzkarte. Wir laufen mal noch mal raus zum Labyrinth-Dungeon. Wir laufen raus zum Labyrinth-Dungeon. Mein Herz schlägt. Ja, das ist gut, dass das Herz schlägt, aber... ... aktuell ein bisschen schneller, als sein müsste. So, hier war der erste Dungeon und vor dem Labyrinth stand ja der Baum. So, und da hatten wir diverses Zeugs auf den Boden geschmissen. Genau hier. Wo ist die Kugel? Also in dem Beutel ist nix außer Essen, das auch aktuell keiner haben möchte. Im Baum ist nix. Also muss es irgendwo in seiner Tasche sein. Also eine Kugel, zwei Kugeln. Schriftrollen, Schriftkram. Schriftkram, Essen. So, die Fackel kann bitte hierbleiben. Die auch. So, magische Rollen. Schatzkarte, magische Rolle, wichtiger Gegenstand, magische Rolle, Schriftkram. Ach, Spiel, jetzt sei mal nicht so, leg das einfach da hin. So, wichtige Dinge. Potenziell wichtig. Keine Ahnung. Gold. Können wir das mal bitte irgendwo auslagern? Ja, können wir. So. Glitzerkrams. Papierkram. Ah, die Reagenzchen räumen die mal rüber. Papierkram. Das ist Käse. Das ist grün Käse. Das ist keine Kugel. Magische Rolle. Magische Rolle. Aber so groß wie die Kugeln sind, kann ich die doch nicht übersehen. Da, ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Nee, ich hab sie. Gut. Also haben wir jetzt ganz offiziell jetzt immer noch hohen Puls. Aber es geht wieder besser. Wir haben jetzt hochoffiziell drei Kugeln. Wir müssten aber vier haben. Dann können wir den ganzen Kladderadatsch wieder einpacken. Sorry für die kurze Panik, aber das sind so ganz besondere Momente. Wir haben einen ganz besonderen Moment zusammen genossen. So, der Rest Zeugs bleibt hier einfach mal dekorativ liegen. So. Und wir wissen, dass dort hinten tief durchatmen noch eine Tür ist. Und wir wissen, dass es hier irgendwo noch so ein Berserker geben so ein Berserker geben soll. Und dem werden wir da jetzt mal guten Tag sagen. Hey, wir haben zwei Drachen. Also eigentlich, glaube ich, vier Drachen oder so überlebt. Wir haben einen Leech-König überlebt. Und wir haben den Schreck einer potenziell verlorenen Kugel überlebt. Und es kann nichts mehr auffallen. So. Da gehen wir dann in der nächsten Folge rein. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.